Das geht ein bisschen... So wird es ein bisschen heller hier drin... Na ja, gut... Noch ein bisschen anders. Wenn es keinen Weg draußen lang gibt, gehen wir halt drinnen lang. Zack. Dann sind wir schon wieder. Zack. Das ist natürlich... Oh. Auch nicht schlecht. So. Aber wenigstens ein bisschen was über den Kopf. Hier machen wir zu. Auch zu. Hier machen wir auch zu. Und hier machen wir vor allem zu. Weil... Wir wollen ja... Ach nee, ey. Nee, 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 nee. So. Ich habe kein weiteres Feuerzeug bei. Das ist schon mal scheiße. Aber jetzt kann ich hier so richtig lang durch. Immerhin. Einigermaßen geschützt. Das ist schon mal gut. So, dass wir diesen Weg dann nachher auch finden. Nicht voller Panik. Denn woanders lang rennen. Das heißt, ich muss ihn gut markieren. Sonst bin ich nämlich am anderen Ende hier angekommen. Und... Immer noch sehr weit weg von dort. So. Weg und weg. Zack, zack. Wir sparen uns die Fackeln. Jetzt verlieb ich hier draußen. Ähm. Okay. Bringt's denn überhaupt was? Wenn ich mal durch... Ausblenden. Nicht so wirklich was, ne? Ist immer noch scheiße weit weg von da drüben. In der Festung. Wir müssen viel weiter Ausnahmen laufen. Ich dachte, das würde hier voll was bringen. Wir wären quasi gleich da. Aber irgendwas habe ich hier übersehen verpasst. Wie auch immer. Ein bisschen Licht machen. Ich dachte, ich mache jetzt einen auf... Es geht ja total schnell hier... Hier dann so quasi... Rüber zu gelangen. Ich habe das mal wieder nach. 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 Ehh. Tschüss. Warte mal. Ich muss jetzt mal hier... rüber... Da oben ist meine Brücke. Ich könnte jetzt auch einfach... Da oben ist mein Portal. Ich muss da irgendwie wieder oben drauf. Scheiß drauf. Ich probiere das jetzt. Bisschen Upside. Scheiße. Das Problem ist, wenn er meine Brücke hier trifft. Die ist auch nur ein... Never Rep... Breit. Wie auch immer. Sehr gut. Yeah. Der Gast ist immer noch da. So. Wir sollten mal uns ein bisschen Aussicht hier... Da ist auch noch der... Gast. Uiuiui. Doch. Er sieht uns trotzdem. Okay. So. Ich dachte nämlich... Ich komme von dort aus auf das Ding dahinter. Das ist viel weiter weg, ne? Ich glaube, mir bleibt nichts anderes, als mich wirklich unten drunter durchzubuddeln. Das ist echt scheiße. Eier, ich glaube ich... Ich habe einen clipsverteid, rotzell. Deren lagen. Eier. Höig. Eier. So. Und ich habe das, was natürlich mit der Brücke. Eier. Derne Brücke. Wow. Das Wanner. Ach, Entschuldigung. Immer noch angeschlagen, so eine Scheiße. Und hier ist nicht mehr viel... ...Stein übrig. Der mich dafür schützt, ...darunter zu rauschen einfach. Warte mal. Die hier nochmal aus. So. So. Oh, 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 oh. Das war knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siebenmal. Damit ist das hier auch markiert. Als Eingang. Und ich muss da irgendwie rüber. Möglichst nicht ... ... in das Einzugsgebiet des Garsts geraten. Hier ist noch nie der Quarz. Ja, ich hol mir den Quarz hier raus. Es kann weit genug weg sein, dass wir ihn früh genug hören. Unseren Freundin Garst. Tja. Wie taktieren wir hier an dieser Stelle? Das ist echt die Frage. Das ist echt die Frage. Ja. Äh, ja. Dann gehen wir mal kurz noch hierher. Auch den Neter Quarz. Das Zeug braucht man doch auch für diesen, ähm ... ... für dieses Lichtding da. Glaube ich. Da muss ich bloß den Eingang nach oben finden, dachte ich mir. Und da ist er auch schon. Es hilft einfach manchmal so Feuer rein hier zu legen. Das ist echt gut. Ja gut, da wässe ich jetzt nicht noch was. Ja, hier soll es sein. Was soll's? Ijojojojojojo. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Garst. Wirklich ab. Okay. Ja. Das hier ist schon wieder so eine Stelle, wo ich meine Feuerreihen legen werde, damit ich meinen Weg wieder finde. Wenn da so ein Garst jetzt reinballert, sehe ich auch nichts mehr. Tja, da drüben ist sie. Man könnte sie jetzt auch nach oben graben und dann quasi den Weg entlang gehen, aber so wirklich toll ist das auch nicht. Da drüben waren ihnen noch die Garst. Sie sind jetzt die Spawn, weil ich weit genug weg bin, wahrscheinlich. Das bringt es aber auch so insgesamt einfach mal gar nicht, ne? Wenn du so guckst. Von hier aus sah es so aus, als ob es dicht genug dran wäre, um irgendwas zu tun, aber... Genau, da bin ich unten rüber. Ich könnte versuchen, da oben rüber noch zu gehen. Na gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir gehen erstmal durch das Waber-Ding. Waber, Waber. Ah, nicht wieder zurück. Geh weg. So, da wollte ich gerade mal einen Schluck Cola trinken. So, 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 bla. Ja, mein Feuerzeug. Muss ich denn auch mal neuen Meerpilze? So, brennst du da wenigstens noch? Und so. So. Ja, sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. So viel habe ich die Schaufel jetzt auch nicht gebraucht. Aber die Äxte sind fast weg. Ah, nein, wobei. Ein, na, zwei haben wir verbraucht. Kann ich jetzt nochmal zwei neue machen. So. Weil die eine ist ja quasi schon kaputt. Was ich den Ofen jetzt mitgeschleppt habe, weiß ich auch nicht. So. Cola. Stickies. 1, 2, 3, 4. 16. 36 Sticks. Das ist gut. Ja, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis da, dido. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.